Wartebrech gesehen. Ja. Beste Wartebrech. Jetzt gehts los hier. Oh ja, wir dürfen direkt wieder bremsen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Da ist ja ein Hubschrittwagen. Also GT30 ist etwa... Eigentlich darf man jetzt auch ganz schön aufgehen. Hat es schon aufgehoben? Ne, ich glaub das strecken sie schon vor uns gerade. Ja. Dann lass ich die halt immer durch. Oh, da kommt was ganz hartes. Dann sieht der richtig scheiß aus. Ja. Kommt was für dich, Martin. Jetzt überholen ich sie ein bisschen krank hier. Ja. Jetzt zieht durch. Ich hab auch den gelten. Mit Corona-Bedingungen musst du beim Abschlippen jetzt im Auto sitzen. Echt nachher, stimmt. Ja. Ich hätt's nicht auf so nah hinter mir auch nicht. Ja. 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 Jetzt hier vor allem. Ja. Jetzt hier vor allem. Hey. Ja. Ja. Das ist ein normaler Fokus. Ja, hä? Das ist mit 180. Ja. 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 Ich hab ja gesagt, jedes Mal so ein BMW, Alter. Ja genau, wir haben den 3er. Das ist so eine krasse Stelle. Boah, Alter! Boah, Scheiße. Ist das krass. Das ist schon mehr als auf der Konsole. Boah, Scheiße. War halt eher vorsichtig, aber immer noch schnell. Das ist absolut angemessen. Ja, mehr traue ich mich noch nicht. Nach 10 Runden. Ich bin schon mal wieder. Ich glaube, dass das hilft. In der Sim bin ich gerade einmal voll den Boden gefahren. Da bin ich einfach nicht übergeben. Warten mal raus. Das ist so cool. Wobei wir mit dem Spiel ein bisschen cool sind. Das ist so cool. Ich bin einfach ganz schön. Ich bin ja noch mal der Wind in die Runde. Ich bin super ... Die Runde. Dafür gibt es Schadensitze. Geht das hinten? Ja. Mach ich dir keine Mühe so. Ich glaube die Ausfahrt, da muss man mal ein bisschen aufpassen. Da muss man sich an die Geschwindigkeit halten, das macht keiner. Jetzt fahren sie vorbei. Das ist auch aus der MB. Ich fahre viele Mettmannereien. Da kommen viele. Bei dem BMW gerade kamen schon die ABS durch. Echt? Nein, ich hatte Fokus schon die Parodie abzuziehen. Warum muss ich das so trauen? Nur BMWs hier. Ja. Ja. Das ist ja auch wie schon. Okay. Okay. Das ist wirklich so ein bisschen. Das ist wirklich so ein bisschen. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Der hat aber hart genommen. Die 3S. Ja. Die M2 ist ja genauso. Ja, das ist eng. Die Taxe. Mit dir langballern, das ist geisteskrank. Ja, wir fahren schon nicht so langsam. Ich finde, wir fahren schon krank. Aber ich meine, ich habe es aber noch nie gemacht. Ja, aber ich finde es trotzdem schnell. Ich habe die YouTube-Corner. Die fahren noch zum Jump-Limmit, finde ich. Das ist ja vier Leute. Nice. Nice. Das ist gut. Jetzt probieren wir uns vorbei. Ich kann einfach nicht mit dem Metall. Ich weiß nicht, dass wir das nicht machen können. Ich weiß nicht, dass wir das nicht machen können. Ich denke, wir sind jetzt da oben. Ja, stoppen. Jetzt haben wir das Publikum. Wieder gesperrt. Und? Krass Alter, Respekt.